Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube Video. Wir schauen uns heute zusammen mit dem Dennis mal an, warum man sich auf Black-Royce rollt, was der Nutzen davon ist. Ich möchte euch kurz als Intro mal mitgeben, was eine Faszie überhaupt ist. Du kannst dir ein Muskel vorstellen, wie ein Kabel aufgebaut ist. Wir haben innen den Draht, das ist unser Muskelfaser. Außerdem haben wir dann beim Kabel das Gummi und da haben wir eben die Faszie als Bindegewebeshütte. Und diese Faszie hat man lange als totes Gewebe bezeichnet, das trifft aber nicht zu. Diese Faszien können beispielsweise verkleben oder können sich verklemmen und genau dann entstehen Verspannungen oder verstehen Schmerzen in den verschiedensten Gelenken. Genau dafür ist die Black-Royce da. Indem wir über diese Muskeln und Faszien rollen, lösen wir diese Verklebungen auf und können Verspannungen und Schmerzen gegenwirken. Ja und da Dennis, wollen wir uns heute mal ein paar Übungen darauf anstellen. Jetzt würde ich dich mal bitten, dass du dich bitte auf die Rolle setzt und zum Boden gehst. Ich wechsle mal die Seite nach drüben. Wir beginnen jetzt damit, indem wir den Rücken ausruhen. Wir haben hier die rückensprechende Muskulatur, die vor allem im Lendenwirbelbereich gerne verklebt und verspannt. Du kannst dich mit den Händen links und rechts leicht stützen, so kannst du auch den Druck und dein Körpergewicht ein wenig kontrollieren. Und jetzt rollst du bitte mal langsam entlang dem Rücken von der Lendenwirbelsäule bis hoch zur Brustwirbelsäule, so weit wie du dich das rausdennst und übst mit deinem Körpergewicht so viel Druck aus wie Mücken. Der Schmerz sollte dabei Miner 10 werden, du solltest immer leicht drunter bleiben, aber es sollte schon Druck auf diese Faszien oder Muskelstränge ausgeübt werden. Perfekt, so weit wie möglich. Genau und jetzt sind wir langsam an der Brustwirbelsäule angekommen. Vorsicht, dass du nicht drüber hinaus kommst und langsam kannst du wieder zurück Richtung Gesäß rollen. Wir sprechen jetzt hier beim Faszientraining von Triggerpunkten. Es ist möglich, dass du auf dem Weg, denn es vielleicht einzelne Punkte stärker spürst als die anderen. Wenn du hier einen Triggerpunkt wahrnimmst, dann kannst du auch gerne auf diesem Punkt bleiben und leicht auf- und abrollen. So lösen wir genau diese Verkleber. Diese Rückenrolle oder wie wir sie auch nennen wollen, ist eigentlich die beliebteste und auch sinnvollste Übung, gerade nach einem langen Bürotag, einer langen Autofahrt und die Rückenmuskulatur wieder zu lockern. Jetzt wollen wir uns noch den seitlichen Oberschenkel anschauen. Du darfst ähnlich in der Position bleiben, dich nur mal bitte mit dem Blick zur Kamera drehen und dich seitlich auf die Rolle positionieren. Auch hier außen haben wir große Muskeln- und Faszienstränge, die gerne verkleben durch viele Dinge sitzen. Hier kannst du jetzt, wenn du möchtest, dein linkes Bein nach vorne spüren und auf den Boden stellen. Genau, und dann kannst du hier so ein bisschen kontrollieren und langsam entlang des Oberschenkels Richtung Knie rollen. So weit nach unten wie möglich. Du darfst bis zum Kniegelenk nach unten gehen, so lange haben wir die Muskelfasern. Und auch hier geht wieder, wenn du spürst, dass ein Punkt stärker Verklebnis, stärker Schmerz, dann haben wir einen sogenannten Triggerpunkt. Du kannst den durch Rollen auf diesen Punkt leichten Aufwärts- und Abwärtsbewegungen lösen. Das Faszientraining ist deswegen auch spannend für dich, weil es wie auch hier überall durchführbar ist. Du musst dafür nicht extra in deine Schule gehen, du kannst es auch zu Hause machen. Das würde ich dir auch empfehlen. Faszientraining lässt sich täglich einbauen. Der Reiz auf die Muskulatur ist nicht so hoch, dass du eine lange Regeneration brauchst. Du wirst auch kein Muskelkater von dem Training machen. Spürst du denn ein bisschen was? Ja. Natürlich, bei dieser Übung macht jetzt ein Seitenwechsel Sinn. Den lassen wir in dem Fall mal aus und wollen uns abschließend noch eine Dehnung anschauen, wie wir den Brustkorb aufdehnen können mit dieser Rolle, ohne dass wir uns da großartig drauf bewegen. Das heißt, ich würde dich bitten, wir können uns verseitlich hinlegen, dass wir die Rolle jetzt hier am Schulterblatt entlang positionieren. Dann darfst du dich einfach mal auf den Rücken legen, genau. Jetzt legst du dich nur drauf auf die die Rolle, ich gebe sie noch ein bisschen vor Ort, genau. Ein bisschen tiefer würde ich sie noch setzen. So, ein bisschen lassen drücken jetzt, das ist leicht wunderbar. Und jetzt stellst du mal die Füße auf, die Füße nach, auf den Boden bitte auf, der roll zu dir. Und jetzt gehst du mit dem Gesäß in die Luft. Das heißt, du machst eine leichte Brücke. Und jetzt lässt du bitte mal die Hände nach außen und nach hinten fallen und ziehst sie Richtung Boden. Und jetzt rollst du noch minimal Richtung Oberkörper rein, genau. Du kannst hier mal richtig schön die Wirbelsäule öffnen und auch den Brustkorb öffnen. Das ist jetzt auch ein bisschen anspringender, wir müssen die Balance halten, wir müssen die Muskulatur anspannen. Aber auch das kann durchaus helfen, wenn du im Büro einen Tag nach vorne neigst, vielleicht eher einen kleinen Duckel hast oben, um einfach die Muskulatur und auch die Wirbelsäule wieder langsam zu öffnen. Wollen wir uns auch eine letzte Übung anschauen für die Oberschenkel, die Rückseite und den Po. Die Ausgangslage ist dieselbe, die der Dennis hat und wir rollen jetzt in dem Fall sein rechtes Bein. Du darfst mit ein wenig Gegendruck mal entlang zur Kniekehle rollen, Dennis. Und hier rollen wir eben die Muskulatur aus, die gerade im Sitzen, wie jetzt auch bei mir, permanent unter einer reichen Spannung ist. Das heißt, gerade hier am Oberschenkel, an der Rückseite, kannst du den Druck auch stärker wahrnehmen. Das ist möglich, weil der Muskel den ganzen Tag unter Spannung leidet, vor allem, wenn du einen sitzenden Beruf hast oder auf dem Auto sitzt. Und dann kann das Sinn machen. Und pro Übung würde ich dir empfehlen, vielleicht eine Minute zu rollen. Das reicht durchaus schon aus. Du kannst zwei oder drei Durchgänge machen, wenn das die Zeit hergibt. Aber insgesamt muss so ein Faszien-Roll-Workout nicht länger als fünf oder zehn Minuten dauern. Das ist auch der Sinn davon. Genau. Und dann rollen wir hier auf und ab. Und da auch hier geht wieder, habe ich einen Punkt, der schmerzt, dann bleibe ich auf diesem Punkt und versuche langsam auszuordnen. Ja, vielen Dank Dennis für die Unterstützung. Ich hoffe, wir konnten dir einen kleinen Einblick in das Faszienträgen geben. Wenn du Fragen hast, schreib uns gerne in den Kommentar. Du weißt, jeden Donnerstag um 18 Uhr kommt ein YouTube-Video online. Also sei gespannt. Abonnier gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.